Was macht denn die Maske jetzt? Ja, ich habe ja immer irgendwie ein Gedicht auf Lager, nicht? Den Taucher von Schiller, den bringe ich nicht. Das sind immerhin 28 Verse. Es geht auch anders. Ich bringe den Taucher, wir wissen ja alle, ein Taucher, der nichts taucht, taucht nichts, nicht? Den Taucher von Heinz Erhardt. Jetzt weiß ich gar nicht, wie fange ich an. Naja, das kommt gleich, Augenblick. Wer wagt es, Knabbersmann oder Ritt, zu schlauchen in diesem Tunt? Einen güldenden Becher habe ich mit, den werfe ich jetzt in das Meeresbauch. Wer ihn mir bringt, ihr Mann und Knaben, soll meine Tochter zum Weibe haben. Der Becher flog, der Strudel zog, ihn hinab ins grausige Tief. Die Männer schauten, weil sie sich grauten, weg. Und abermals, der König rief. Wer wagt es, Knabbersmann oder Ratt, zu schlauchen in diesem Tunt? Wer es wagt, das erkläre ich an Eidesstatt. Soll küssen, meins Töchterleins Mund, soll heiraten sie, darf mein Geld verwalten. Und auch den Becher, den darf er behalten. Da zogen die Knappen und Mann von dann. Bald waren sie alle verschwunden. Sie wussten verlässlich, die Tochter ist grässlich. Der Becher liegt heute noch unten. Danke.